Ja, heute habe ich hier mal meine ferngesteuerten Enten auf dem Kanal ausgesetzt. Aber die gehen alle auf Distanz hier, weil ich habe keine Maske auf. Schon heftig, was da ist. So schön ruhig hier heute, kein Wind, da kommt gerade die Bahn, das höre ich doch. Dann geht der Zug mal wieder, Bäume spiegeln schön und die grüne Well, Wine Cargo. Ich habe für euch nicht mitgezählt, das war dann für den Bereich Liefergangs. Leicht bewölkt heute, oder bedeckt, oder wie man das auch nennen mag. Aber richtig schönes, ruhiges Wasser. Ihr seht es, wie sich die Bäume von gegenüber schön spiegeln. Okay, das war es dann, bis dann, ciao. So. So.